Keiner kennt den andern, der andern kennt nicht hin, dies war für uns schon immer ein Problem. Jetzt mit einer Maske sind wir an und nimmer, und der Bankreiber, der findet es viel schöner. Maske runter in der Bank, die Geld wieder raus, und dann mit der Maske, die gibt ihr das Geld aus. Die Krankenschwester sagt, was willst du, mit so viel Geld? Die Bilder wird ein Masken, weil mir noch eine fehlt. Neulich schreit die Machbarin, wer ist das in meinem Bett? Da drin, ich kenn nicht das Gesicht, mein Mann ist das nicht. Da wird's nicht mehr passieren, gar nicht mehr ein Namensschild. Vorne auf die Maske drauf, der nimmt mein Passbild. Die Nachbars sehen, da gab kein Druck, das geht's nicht langsam an. Warum die einfach nicht mal ihren Stammel halten kann. Die kriegt jetzt eine Maske drauf, vielleicht ist sie dann still. Wenn es dann nicht besser wird, dann kommt sie auf dich. Seitdem die ersten Geschäfte haben, ist mancher gleich davon. Vor allem in Erotik-Shops, die ganze Kisten warm. Für die Sussdiverse, fünf, vier, bleibt man ohne Kant. Also Maske, auch auf den, das ist kein Schand. Manche Frauen sind mit Maske erst interessant. Man merkt, dass nach zehn Minuten, das ist mir bekannt. Nach 20 Minuten denkt man sich, ich kann auch das Kant. Sag' ich, das ist meine Frau, jetzt ist fast nicht gespannt. Auch jede Ene kacke drauf, es gatscht mich langsam an. Warum die einfach die neuen Stammel halten kann. Ich krieg die Zeit, die Maske drauf. Vielleicht ist sie dann still. Und wenn es dann nicht besser wird, dann kommt sie auf dich. Und wenn es dann nicht besser wird, dann kommt sie auf dich. Ja, wei. Dankeschön. Und pfiat euch. So, bis zum Ignen. Bis zum Ignen. Vielen Dank.